Hallo, wir sind heute hier bei der Firma ITECH. Wir sind Spielwarenhersteller. Wir stellen die allseits bekannten Metallbaukästen her. Seit ein paar Jahren auch bei uns hier am Thüringer Standort die Steinbaukästen der Marke TAIFOCK. Das ist mein Kollege André Dosold, seines Zeichens Mitarbeiter der Entwicklungsabteilung. Ich bin Fabian Wehr, Vertriebsleiter des Unternehmens und wir befinden uns gerade mitten im Weihnachtsgeschäft. Deswegen ist hier reges Treiben angesagt bei uns im Unternehmen und unsere Produkte erfreuen sich zunehmend mehr Zuspruch bei unseren Endkunden und wir freuen uns auf das bevorstehende Weihnachtsgeschäft. Amen.